cool mutig und einfach modern ein faszinierendes auto endlich mal was neues was richtig neues nicht irgendeine karosse in die ein elektromotor eingebaut worden ist sondern ein batterienum zu ist ein auto gebaut worden und das das und dann auch mit den wechselmodulen hier ich finde das faszinierend ungewöhnliches design finde ich sehr schick erfrischend ihr hört ja dieses ganze drumherum ich gehe davon aus dass das schön leise ist vielleicht nur einen kleinen piepston macht wenn es los fährt aber sonst freut ich geil es geht da more and more electric cars are coming on to the market but also the radius i think is important if you want to take something like this i would probably go on vacation with it and i wouldn't want to stop every you know 400 kilometers to go and get it charged gut finde ich an einem auto dass es so modular ist ich habe eher einen camper gedacht und dann sagte der junge mann wenn du einen camper haben willst kannst du das dazu kaufen wenn ich jetzt den als camper verwende dann auch wirklich umweltfreundlich unterwegs bin also wirklich in diesem neuen gedanken halt elektrofahrzeug zu haben das gefällt mir richtig gut solar vernünftige energie gewinnung und eine gewisse reichweite das ist für mich wichtig ich finde das auto sehr sehr cool in meinen augen halt auch ein richtiger game changer tatsächlich wenn man das so sieht ja im vergleich also gerade mit dem wechselbaren akkusystem gerade mit dem niedrigen einstiegspreis der so sagen mal bekannt gegeben wurde also minimalismus ist auf jeden fall sehr gut weniger ist mehr mit innovationen die sich im gröde jeder leisten kann wenn das wenn das 20.000 los geht das ist das ist ein preis dem waldig und hat stadtauto mit diesem riesen raum angebot ist einfach faszinierend muss ich völlig sagen schwer beeindruckt davon